Ja, schönen guten Morgen, immer nachts, ja, 2. April haben wir 2022, 30 für euch einen Film, weil ich gerade frühstück und die Amigos spielen bei mir im Tower herinnen, das ist ja was es gibt, die Amigos kennt ihr, die singen jetzt da gerade. Ja, dann habe ich extra zur Tasche von Tunesien gestellt, wo wir beim Berg gestiegen sind, ja und danach gibt es das, gell, Fürstmitte, der Ausdreuer zum Film, da sie seht, dass er Arbeit, gell, nicht, dass man sich durch den ganzen Tag nix, gell, ja, da habe ich gehört, der Kini, der Kini überwacht mich und der Aloisius schreit mich runter, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ja, so, so ich habe Schwein und da ist der Alexa dran, gell, die singt da auch, ja, was macht man denn, immer nachts, ja, kann ich nicht mehr schlafen. Ich habe 47 eine Schicht gearbeitet, gehe um 12 Uhr, eins ins Bett, muss man schnell mal trinken, gell, da schau her, ich singe ihn jetzt da gerade, und das ist mein Andrége Berg, und die Tasse habe ich neulich bestellt, war 7,05 Euro, da schau her, da bin ich mit der Gams, und da sind wir beim Berg gestiegen, schau her, ah, 7,95 Euro, gell. Prost, und dann lachen wir weiter bei, oh, jetzt singen Sie, was singen Sie denn? Der Weg war nicht immer leicht, bei mir auch nicht. Ich habe schon über 80 Jahre gearbeitet, mit Menschen zusammen, 50 Jahre Deutsche Bahn, 5 Jahre Polizei, 4 Jahre Bandreiseforschung, das war das Schönste. Das war das Schönste, ja, ah, mein, mein Handy, du warst meine Welt, ja, ah, tausend Träume haben dich, ah, immer noch, ich habe 5.000 Träume noch, wie, im nächsten 50, ja, bringe ich schon die Träume, gell. Ja, das ist der heilige, ja, da ist es, den schönen Säder, gell, und mein Ohrkäuzen, das ist, wo ich mich beim Zeirung aus vom Zahn gefahren habe, macht mir einen Rundblick, ja, gestern habe ich einen Kurs gehabt, einen Kurs für Europa-Deutschenarbeit-Befragung, Zensus, heißt ich, 4 Stunden Ausbildung mit dem Tablet, 4 Stunden Ausbildung, aber nicht einfach, gell. Ja, da war ich mit dem Roller drin, ach, schaut, sind meine neue Jacken, die habe ich bestellt, ganz eine wilde Jacken, wenn ich zum Tanzen gehe in Heuslinger hoff, dann sehe ich, wie sie Jacken haben, dass sie mit Türen und Gell sind. Ja, da war ich gestern bei dem Zensus, im Landratsamt, da ist jeder drin, haben wir 4,5, 4,5 Stunden Lehren mit dem Tablet, das meine ich. Gut, ja, da war ich mit dem Roller drin, da war ich mit dem Sechse heim, Schützwirz auch, bin ich heim, das Wasser ist von den Schuhen ausgerüstet, ja, das ist ja mein Steffi, mit der bin ja, 20, Steffi, schaut nicht, ich bin gerade auf Seefeldtirol gefahren, ja, und nein, und da schau ich her, mein Steffi, dann hier, mein Steffi, hier und da Polterin, Polterin, ah, jetzt, schau hin, da war ich noch nicht, da muss ich hinfahren, gut, ja, wenn ich alles zusammenrehe, dann habe ich 121 Jahre gehabt, 20 Jahre Tennislehrer, 37 Tennisplatzwarte in Erlbach, da, das ist mein Ohr, meine Enkelkinder, schau es an, meine Enkel, wie es lachen, also ich frage mich, eh die Woche, wie geht es an TikTok, Instagram, Facebook, Tweet, WhatsApp, und da war ich drum, mein höchster Berg, schau her, und da war ich drum, den Gust auf Tennis habe ich drauf, schau her. Gust auf Tennis, ah, da, schau her, ah, das war schwer, vier Stunden habe ich gebraucht, 48 Körn, das war Wahnsinn, das ist mein Arbeitsplatz, schau, ich habe nichts zusammengereimt, das muss ich heute alles aufhalten, schau her, was da alles da ist, ja, das ist der Neueste, der Notebook, heißt das, ah, und da fahre ich jetzt hin, da fahre ich jetzt hin, hier im Fernsehgarten, jetzt im Mai mit der Passa auch noch in Presse, das ist der Neueste, aber mein Kind, mein Mensch ist auch da schön, der tut mir immer wahr, gell, ferngesteuert habe ich jetzt, ja, und da liegt noch meine Katze, weiß gar nicht, was sie ist, ich kriege da mal zu fressen, schau her, was ich gestern alles gekauft habe, ach, die beißt aber meine bayerische Fahne hin, das ist furchtbar, und die, super, schau mal, die ist super, wie alt bei E-Bag steigert, gut, dann tun wir mal acht, da muss ich auch, ja, okay, das ist mein Alter, den verkauft wird jetzt, ganz viel Liebe für jeden Tag, ist wichtig, gell, und tausend Herzlöschungen, jetzt hören wir auf, ach, da habe ich noch, die Rentnerwitze, da schau ich mal, so viele schöne Witze drin, Daniela Arginitos, der Migis, natürlich, gell, ja, und da die Weltpool, mal nachschauen, wo Haiti ist, oder bei Maskus, Gloria, jetzt sitze ich mal wieder her, jetzt sieht es aus, wie viele haben wir denn schon, oh, sechs Minuten, Gloria, schau ich, ich kenne jemanden, die heißt Gloria, die ist von Reischau, oh, ja, ich habe heute am Feiertag nicht weiterverzählt, meine Frau ist mit dem Bus gefahren, den ganzen Tag, dachte ich habe da und lassen, was ich mache, ich habe ein Auto, habe ein 100-Jopper, Revelle, und ein Vespa PX, und das Ferrari, gell, 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 so, jetzt trinken wir einen Fürst Meternitz zum Abschluss, Prost und Lachdummi, und dann tue ich es, mit der Andrea Berg, ähm, Frühstücken, Leute, braucht es gesund, hat es brav, hat alles, und dann habt ihr einen gesunden Menschenverschlag, gell, das ist ganz wichtig. Nach meiner 121-Jährigen Arbeit, die ich gemacht habe, oder 84 mit Leipern, ich muss sagen, mein Gefühl sagt, von 10, von 10 hast du 8, ich habe vergessen, 1 bis 2, mit den Leuten kannst du reden und Spaß haben, möh, na, singen kann ich auch noch, gell, Mach mal Ruhe und schwingt es schon her. Oh, heute hat es geschneit, da sieht es sich. Ja, und das Schlimmste ist ja das. Weil ich habe gerade gelesen, der. Der Kirche, da schaue ich hin. Blüht, ich habe die Bilder abgeholt, das ist hochinteressant. Ja, ich war 67 beim Paras, das ist wie das Auto schaut aus. 1. April eingeschaut. Am 6.6. 67 war ich in Kempten, in Allgäu. Ausbildungskompanie, 13a. Kommt man nicht antreten. Ja, klar, 120.000 anhandreten. Puh, schreit der Kompani-Chef. Gestern ist der Israel der Krieg ausgebrochen. Aber es kann sein, dass sie jetzt runter müssen auf Israel und Krieg. Da haben wir die Hose geschissen, alle 120. Aber Gott sei Dank hat er gerade 6 Tage gegangen. Darum hast du 6 Tage gekriegt. 1967 am 6.6. War ich beim Paras. Und dann Murnau. Speziellehrgang. Taskfunk. Und dann die Bürgsäger mit dem Wald. Eintram. Brigade 2. Kompanie. Brigade Funka. Das war's nicht, was du weißt. Also Prost. Servus. Das war's nicht, was du weißt.